Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise mit mir, Def. Und wir gehen nochmal hier ins Gasthaus, weil das habe ich ja letztes Mal extra nicht gemacht, dass ich da gekocht habe. Da das Gasthaus sowieso umsonst ist, können wir auch gerne jetzt kochen. Wovon habe ich denn am meisten? Nehmen wir die Tafelverteidigung hoch, Verteidigung hoch. Dann nehmen wir den Haferbrei. Ich kann Chion kochen. Anscheinend ist sie auch die Einzige, die kochen kann. Weil Eisenmaske kann das nicht. Also ich kann das nicht auswählen. Wir haben ja ein neues Schwertchen bekommen, das würde ich gerne auch direkt mal austesten. Aber ich glaube, ich müsste erstmal zu safe hier. Oder haben wir noch irgendwie eine Quest oder sowas, die man hier holen könnte. Ne, sieht nicht dann aus. Äh, Siffi ist da oben. Okay, ihr habt alle nichts zu sagen, dann mal los. Warte. Ist hier noch? Ist hier noch eine? War ich jemals hier oben? Ich höre doch diese Geräusche. Ah, hier kann man auch noch hoch. Hier war ich bestimmt nicht oben. Da ist die Eule, die hat... Hasenohren? Schuh. Hasenohren. Hasenohren, die unschuldig ausschreien. Sie sind groß genug, um auch die leiseste Unterhaltung mitzuhören. Okay. Ist hier ohne weg. Habe ich mit euch schon geredet? Wenn, dann kann ich das jetzt nicht machen. Äh, okay, hier. Siffi, was ist los? All right, everyone. It's time. Remember, eyes on the prize. We're after Balsef. Nothing else. Cut off the head, and the snake perishes. Hit them head on, however. And we won't make it through the castle gates, let alone reach Balsef himself. Luckily, we have an ace up our sleeve. We need to do everything in our power to make sure that ace reaches Balsef's jugular. To that end, I'll be splitting us up into separate forces. You just said all of us hitting them head on would be useless. Why would we divide ourselves up? Cause we're the decoys. We'll buy our ace in the hole the time they need to get in. We only need to cause enough of a ruckus around the castle to distract the enemy. That said, we need to look like the real deal. Which is why I'll be tagging along, too. You too, Zephyr? So, who's going to take on Balsef? The Iron Mask. I'm counting on you and Shion to make your way to wherever Balsef's hiding. Once there, you drive that flaming sword right through him. You aren't seriously sending in just those two, are you? One of them's a Renan. No one said the plan was perfect. By far, the biggest danger is the one you two will be facing. The fate of this quest rests entirely in your hands. Which is why you get the final say. You want out? Now's the time to say so. And if we say no? Then you say no. Just means we're back to square one, that's all. And I go back to being a slave. It's your life. No, it isn't. Balsef's in your court, soldier. What do you say? I... I want to fight. But for what? What are you fighting for? To free the Danans from the yoke of their abuse of oppressors. To no longer die at the whim of another. To break the shackles of our enslavers. To live and taste freedom! Now you're talking. I believe we have our ace in the hole, people. Hold on to that belief, and we just might break through that wall yet. And what about you? I was born ready. Now can we get this show on the road? There's a gate on your right once you leave here. Go through it and ride the elevator you'll find. I'll send ahead a few friendly faces to keep watch on your way. If you get into any trouble, look to them for support. We all clear? Good. May this battle herald the end of the Renans' bloody three-century reign. To your battle stations, everyone! Okay. Der finale Kampf hat angefangen. Benutzt in den Kurt? Kann ich so'n Aufzug? Irgendwas. Oh, es ist auch nacht geworden. Soll das so oder kann ich auch schlafen gehen? Ich meine, ich war gerade schlafen. Ich muss gerade Wache schieben, da wir hier viele Leute, hier viele Verletzte haben. Der Plan kann ohne euch nicht funktionieren. Wir zählen auf euch. Kann ich noch mit euch reden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist. Ich weiß nicht, was sie verdienen. Das ist nicht mehr nur ein Traum. Ich wollte mich am Aufstand beteiligen. Stattdessen wurde ich als Wache eingeteilt. Macht Ihnen auch in meinen Namen die Hölle heiß. Okay? Okay. Okay, mit dir habe ich schon geredet. Also du hast nichts Neues zu sagen. Das finde ich echt schön, dass mir gesagt wird, hier mit der Person hast du schon geredet. Die hat nichts Neues zu sagen. Das finde ich echt gut. Versprich mir etwas, versprich mir, dass du Leben zurückkehrst, okay? Äh, ja, okay. Random Frau, die ich nicht kenne. Hast du noch was Neues zu sagen? Weil es der Festung liegt gleich da vorne. Ihr könnt sicher sein, dass ich mir dieses Gefäsch nicht entgehen lasse. Sagt der Typ, der sich hier irgendwie versteckt. Ähm, dann wollen wir mal los, ne? Oder? Genau, die Symbole, richtig cool von den... Ähm... Sachen. Elevator Thing. Ist hier noch Karpfen? Nein, kein Karpfen. Aber die mache ich mal schnell weg. Gut. level 9 beide wo ist der aufzug? ah da ist er ausreichend fp gesammelt okay dann können wir das jetzt mal kurz machen k.o. schutz ermöglicht es dem mit nur 1 kp einen gegnerischen angriff zu verstehen bei einem angriff der normalerweise den k.o. bedeutet bitte leider nur für shion oh da war ja noch mehr durch boost angriff vom himmel geholte fliegende gegner 20 brauche ich vorbereitete mahlzeiten 8 wie viele habe ich glaube ich gar nicht zubereitet und du hast du hier nö du hast doch noch nix ah du hast 614 erhöhter schaden in der luft einfach das perfekte ausweichen abwehren sternstaub brauer wind ja das hätte ich gerne sternstaub verbogenes art weil das ein schmales schägel auslöst und mit einem dramatischen heep endet brauer wind ja das habe ich gerade gelesen was du los beeilung der aufzug bringt euch zu schloss klein med ne was plan med ok flammengraben bitte irenia ich lese das gar nicht ähm hier die sachen weil die sind so schnell weg da komme ich gar nicht in den trinkel von hinten in das schloss ein hier liegen schon ein paar leute in der gegend rum und auch ein paar zeuge zephyr und the crimson crows are supposed to be distracting the renans from the front then let's go around and sneak in elsewhere ok ähm gibt es hier schon einen weg oder ich habe ich meine ich habe da eine abzeigung gesehen aber ich dachte vielleicht das sieht ja zu offensichtlich aus wenn ich jetzt zu denen dahin gehe so ja die sind da beschäftigt und ich so moin geh hier lang warte ich rede noch mit dir das sähe cooler aus wenn sie nicht da wirklich alle einfach herumstehen würden wir lenken sie am hauptor ab ihr schleicht euch währenddessen rein wenn da wirklich irgendwie kämpfe wären das wäre cool aber naja da kann ich ja nicht alles haben ok jetzt mal hier rein hunde eule das ist die schimme der eule hundeohren hundeohren die ohren eines weißen edlen schiebers gleichen für alle gleichen punkt für alle die zeigen wollen dass sie hunde liebhaber sind ok eule ja danke für den selben spruch wir haben sie mal wieder zu ihr kann ich gar nicht hingehen zu ihr hier was los glänna und die anderen kämpfen dort vorn ignoriert uns folgt dem schienenweg hinein ja aber ich will euch noch helfen links welten links welten ok warte mal ich guck mal was auf die map vielleicht muss ich jetzt links abbiegen wow oh ja sieht krass aus ja sieht krass aus da sind auf jeden fall viel mehr kann wir sehen krähen als es vorher also 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 außer kann ich hier hoch und muss ich hier hoch was los was das unser großer kampf bevorsteht aber ich will nicht dass einer von euch stirbt die besten siege sind die die alle überleben ähm ich kann hier rein will ich hier rein verschlossen ok gut da wurde die wahl mir gerade abgenommen wo ich mit dem finger hin zeige wenn ihr hier runter geht landet ihr direkt am hintereingang des schlosses wir zählen auf euch das ist gar nicht ähm offensichtlich dass du da irgendwo hin zeigst ok ich will hier mal kurz runter soll eine brücke sein ok gucken wir mal so da sind wir wir sind aber auch noch äh strahlau oder ist das hier dieser kern schloss glenimet das sieht sehr aus wie dieser kern aber hat äh oder astrale energie ist das eher im kern hat er oder schion gestohlen mir hat es nicht gefallen dass wir jetzt halt nicht kämpfen jetzt kommt's jetzt kommt's der kann's nicht davon nehmen na gut der kann's nehmen ja auch scheiße wenn nicht als die Fläge habe ich den der 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 sterben ja ok weil jetzt haben wir zwaschwerden oder was ein emblemer wo man schwert inferno sturm ein fliegender angriff mit dem flammenschwert der bereich um den gegnern niederbrennt verursachen beim anwender flammenschneide bodenangriff ok 14 auf schenkende phoenix entscheide verflammen der schneide mit der schaden bei niederstreckung und eine schneide explosion fuß angriff flammenschwert von eisenmaske führt ein blühenden heißen drehe angriff aus der den eigenen körper von eisenmaske verbrennt der angriff ist großflächig und bringt fast gegen gegner zu wohnen checker je mehr kapitel opfers wie muss ich noch mal die schwerte einsetzen ich gucke mich hier noch mal um falls hier irgendwie items sind da jetzt nur zurück okay das wusste ich gar nicht egal if we don't hurry up and find him ihr tue close try to stay farther apart oh right sorry about that was i really that close i guess i'm just not used to standing right next Ich bin dank der Leute. Du willst wegen von deinen Thornen? Du bist ein sehr nettes Mensch. Was? Du denkst nicht so? Ich meine, du hast nur sicher, dass deine Thornen nicht... Du kannst deine Meinung zu dir selbst. Du nicht wissen das erste Mal. Ich sage nicht, dass ich alles über dich weiß. Ich muss mich auf die Hände zacken. Du kannst nicht nur ein Hinweis, oder? Was? Entschuldigung. Du bist richtig. Ich weiß nicht, was du durch die Hände hast. Nach allem, was könnte ich wissen? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, was du gesagt hast. Die Throne Room ist auf der nächsten Seite. Das ist wahrscheinlich wo wir finden Balsaf. Und noch eine. Wurde eigentlich laufen. Eben. Wurde. 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 Ah, gut. Wirklich erschrocken, wie stark das Flammenschwert ist. Bis dass wir sie erledigt haben, bevor sie Ärger machen konnten. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Hier habt ihr das Flammenschwert... Wann glaubst du Ballstuff steckt dahinter? Wahrscheinlich schon. Wir sollen Leute wie uns wohl entfernen halten. Sollen wir versuchen durchzurennen? Wenn ich albern das tun kann, ich merke jetzt und spürst du nicht, dass die Flammen dich nicht zu Kohle verschmoren würden. Ja, was schlägst du dann vor? Ich würde, dass diese Flammen auf jeden Fall auf Feuer-Astral-Energie bestehen. Vielleicht probieren wir, ob wir die Energie mit meinem Messerkern stören können und dann absorbieren. So wirst du die Flammen mit dem Flammenschwert. Wirst du also im Prinzip, dass ich mein Flammenschwert dagegen einsetze? Klar, kein Problem. Okay, was mache ich? Also wie, was? Und Apfelgelee. Äh, Flammenschwert? Was muss ich hier machen? Acht Heilungspunkte. Eine Feuerwelle, dir den Weg versperren, nähere dich mit ihnen und drücke nach oben, um sie zu entfernen. Die Aktion verbraucht jedoch jetzt mal HP, also setz die Fähigkeit mit Betracht ein. Also Heilungspunkte verbraucht ist. Oh, das muss tatsächlich funktionieren. Wieso? Ich hab's hier, hab, hab, hab ich dir nicht gesagt. Das hat mir allerdings mehr abverlangt, dass ich dachte, vielleicht spannen wir uns den Tritt für die Fälle auf, wo wir ihn wirklich brauchen. Also nicht jedes Mal benutzen. Äh, moin. Äh, ich geh erstmal hier links. Kann hier rumgehen. Und, okay. Ja, ich kann jetzt sparen, durch die Flamme zu gehen, indem ich gegen die ganzen Gegner da kämpfe. Ich hatte sowieso vor, die Platz zu machen. Okay, da komm ich, glaub ich, gar nicht lang. Hier durch. Nein. Geht nicht. Äh, dann mach ich euch mal kurz, kurz daran platt. Wie viele seid ihr? Hier. Enrolven 3. Von euch. Von euch. Von euch. Infrontal Turret. Huh. Eater. I won't show you any nursing. Let the hoardsman handle this. You're finished. Slides. Do it. Die. Die. Your mind. Die. This ends now. Consider yourself finished. Here I go. Here I go. It's over. Take it. Let's try harder. I'm only getting started. Get through. Danke. Moin. Hier komm ich ein Wölscher. Okay, da ist noch ein Item. Da kann ich nicht rein, weil da ist ein Gitter vor. Warte mal, was? Was habe ich gemacht? Ich glaube ich kann keine Apfelgelees mehr tragen, deswegen habe ich es glaube ich gerade einfach weggeworfen. Kann es rein? Was habe ich gerade gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, da kommt nicht lang. Wieso ist der Aufzug stecken geblieben? Wir brauchen wohl einen besonderen Schlüssel, um da hoch zu gelangen. Kommen wir uns mal um, vielleicht liegt er hier auf der höheren Ebene eben hoch. Nächstes Mal lese ich auch, was da steht. Okay, das muss ich nicht unbedingt weg machen, die Flammenwand. Schloss Glenimet. Schloss Glenimet. Schloss Glenimet. Es ist noch weniger als es normalerweise wäre. Die Diversion muss funktionieren. Alle, bleiben sicher. Die Diversion muss ich sicher sein. Haben Sie seconden Gedanken? Nein. Ich war nur über die Blazing Sword. Wenn ich es, fühle ich es. Ich fühle mich irgendwie falsch. Ich fühle mich. von einem Rennin-Master-Core so repulsiv? Das ist nicht so. Es ist einfach... Es ist schwer zu erklären. Es ist wie die Rennin ist fast zu stark. Ich weiß nicht, was hat dich so gegründet, aber wenn du vergessen hast, diese Rennin ist die einzige Grund, dass wir gegen ein Herrscher kämpfen haben. Ich weiß. Du musst mich nicht immer sagen. Well, gut. Das ist nicht. Jetzt mal hier längst, weil da ist längst... Da ist nämlich kein Item. Hallo, ihr Wölfe. Was habe ich gerade gemacht? Zerstörung? Wie habe ich das denn eingesetzt? Störung? Lass mal ein Schirren in Ruhe. Let's keep our eyes on the price. Gleichreste. Das machen wir natürlich... Oh, 16 HP. Das finde ich nicht so toll, aber... Der ist äh... Ein Item. Die wäre ich auch so nicht reingekommen. Knochenfragmentrüstung. Rüstung, die aus Tier- und Zeugelknochen gefertigt wurde. Die viele kleinen Knochen bieten wenig wirklichen Schutz. Äh... Okay. Ah, die habe ich gerade an. Nein, die habe ich noch nicht an. Die ist... Ich sag zwar, dass es wenig Schutz bietet, aber das besser ist, was ich gerade habe. Outfit... Äh... Ach, ich kann es nicht mal sehen. Kann nur zwischen den beiden wechseln. Na, das ist ja kacke. Also, nicht jede Rüstung ist visuell sichtbar. Das ist ja... Das ist ja schade. Das finde ich sehr schade. Dass nicht jede Rüstung sichtbar ist. Hm. Das ist echt dumm. Falsch scheint Offline zu sein. Offline. Okay. Warte, hier geht es noch längst. Ich kann definitiv glauben, dass sie hier Feuer- und astral-Energie verbreiten. Ist das so schlecht? Ich habe vergessen. Du kannst das Feuer nicht fühlen. Ich glaube nicht, dass ich mich nicht mehr stolz darüber bin. Alter, ich spüre nicht mal die Hitze. Alamandien-Masse. Ein klumpen lichtdurchlässiges, schimmerndes Pupurgestein. Wenn man es poliert, kann man seine innere Feuerkräfte entwässern. Oh. Und Eisenstücke.